Paul Valentine auch war Lea Valentinoff und weil Valentinoff war ein US-amerikanischer Schauspieler, leben. Sein Filmdebüt absolvierte Paul Valentine 1947 als Gangster Joe im Film Noir Klassiker Goldenes Gift von Regisseur Jacques Tourneur mit Robert Mitchum, Kirk Douglas und Jane Greer in den Hauptrollen. Anschließend trat er sporadisch immer wieder in kleineren bis mittleren Nebenrollen in Filmen wie Blutsfeindschaft von Joseph L. Monkey Witch oder George Stevens Drama Wofür das Leben sich lohnt mit Joan Fontaine und Ray Milland auf. Er war ebenfalls in mehreren Fernsehserien zu sehen, ehe er sich Anfang der 1960er Jahre von der Leinwand zurückzog. Erst 1980 trat Valentin für eine Episodenrolle als Pfarrer in der Fernsehserie Vegas wieder vor die Kamera. Bis 1984 folgten mehrere weitere Auftritte. Zu den bekanntesten Filmen bei welchen Valentin während dieser Zeit mitwirkte, gehörten Tanz in den Wolken mit Steve Martin außerdem das Goldenes Gift Remake gegen jede Chance. Valentin arbeitete ebenfalls als Theaterschauspieler unter anderem zwischen den 1930er und 1950er Jahren am Broadway. Seine erste Ehe mit der Schauspielerin und Stripperin Lily Sankt. C.Y.R. zwischen 1946 und 1949 wurde geschieden. In zweiter Ehe heiratete er 1952 Flavua Ali Khan. Er verstarb 2006 im Alter von 86 Jahren in Los Angeles. Filmografie 1947 Goldenes Gift 1949 Blutsfeindschaft 1949 Special Agent 1949 Die Marx Brothers im Theater 1951 Lights Out 1952 Wofür das Leben sich lohnt 1952 Armstrong Circle Theater 1952 Lafisland 1958 Gnadenlose Stadt 1962 Golden Showcase 1980 Vegas 1980 The Opas 1981 The Man Who Esser Wee Tomorrow 1981 Fesseln der Macht 1981 Jede Nacht zählt 1981 Tanz in den Wolken 1981 The Man Who Esser Wee Tomorrow 1982 1982 Geliebter Giorgio 1983 Quincy 1984 1984 gegen Jede Chance 1984 Love Lines Saat 20 Bl terrorist 20 22 23 23 22